Spst, Ann-Kathrin, schläfst du? Ja, tief und fest, es ist auch so bequem hier. Das sieht man. Gut sind gerade unsere Schlafwoche. Und es gibt sogar noch 20% auf Pico. Und viele weitere Angebote, die wir jetzt miteinander anschauen. Wow, Michel, schau mal das coole Bett an. So hätte ich auch gerne zu Hause. Aber was mache ich mit meinem alten? Das ist doch kein Problem. Denn während unserer Schlafwoche entsorgen wir dein altes Bett gratis. Das ist dann super. Komm, wir gehen noch den Stoff, den die Träume daraus sind, anschauen. Oh ja! Das ist die Bettwäsche. So eine schöne Bettwäsche. In dieser träumt es sich sicher noch besser. Das glaube ich auch. Und darum haben wir aktuell 20% auf das Bettwäsch-Sortiment. Wir laden auch dich ein zum Träumen. Besuche uns noch bis am 26. Oktober und profitiere von tollen Angeboten rund um das Thema Schlafen. Bis bald bei Delta!